Hat die Beziehung noch eine Chance? Das schauen wir uns heute mal in diesem Video gemeinsam an. In der Kollektivenergie ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Frage, wenn da gerade Rückzug angesagt ist, wenn gerade Funkstille ist, wenn man keine Ahnung hat, was tut denn der überhaupt oder was will der denn eigentlich? Dann ist natürlich auch ganz interessant in die Karten reinzuschauen und zu gucken, hat denn diese Beziehung überhaupt noch eine Chance? Hier sind wir wieder im Bereich von sich Klarheit verschaffen. Ist ja auch oft so, dass man sagt, ich rufe sie jetzt oder ich rufe ihn jetzt lieber nicht nochmal an oder ich spreche ihn nicht nochmal an, vielleicht sagt er ja dann, dass er mit mir nichts mehr zu tun haben will. Man möchte natürlich nicht vielleicht auch die Enttäuschung hören, aber man hat ja dann natürlich auch seine Klarheit. Was nutzt es denn, wenn man immer so in der Zwischenwelt unterwegs ist, in der Hoffnung, es passiert nochmal was, probiert aber nichts, weil man nicht enttäuscht werden will. Das ist dann so eine ganz, ganz furchtbare Situation. Und deswegen Klarheit verschaffen. Klarheit ist immer gut. Klar sein, klare Gedanken haben, einen Plan haben. Zu sagen, ja, na gut, ich versuche es jetzt nochmal, wenn man vielleicht sich vorher hat, in die Karten mal schauen lassen, wie überhaupt die Energie da aktuell ist, ist jetzt gerade gut, ist es vielleicht wann anders besser. Wenn man sieht, ja, die Chance ist da, dann kann man angreifen, Attacke, Gas geben. Na, aber wir schauen jetzt hier mal in diesem Liebestarot, in diesem Liebesorakel rein, hat diese Beziehung noch eine Chance? Wenn ja, gut, dann ist auch gerade in der Energie ja die Möglichkeit da, dass man sagt, ich greife mal an, ich mache Attacke. Oder man sieht, also hier gerade eben lieber nicht so, na, also wenn das Erfolg haben soll, würde ich da vielleicht noch ein bisschen warten, na, weil man will ja den Mann auch nicht überfordern. Geht ja auch immer stark darum, oh Gott, ich hatte übrigens die letzten Tage hier so ein langes Haar. Es war, es war ein helles Haar, man hat es nicht gut gesehen, aber so bin ich jetzt tagelang hier in YouTube rumgesessen. Kann denn nicht mal einer von euch was sagen? Mensch, ich habe es mir heute rausgerissen. Ja, wir schauen also jetzt mal rein, was ist hier Phase, hat diese Beziehung noch eine Chance? Kann man sich nochmal einschwingen, nochmal reden, Dinge klären, dass man vielleicht nochmal neu anfängt unter anderen Voraussetzungen? Weil ich sage ja auch immer, ja, wenn jetzt der Wunschpartner zurückkommt, ist es ja super, dann springt man gleich aufeinander rum. Aber hat irgendwie gar nicht geklärt, Mensch, aus irgendeinem Grund ging das ja wohl auseinander, lass uns das anschauen. Was war da der Grund, dass wir beide wissen, okay, den und den Punkt darf ich bei dir nicht drücken und den und den Knopf darfst du bei mir nicht drücken. Sonst geht irgendeiner hoch und dann geht alles wieder auseinander. Also immer auch mal immer drauf schauen, dass wenn es wieder was wird, man vorher miteinander ein Gespräch führt und sagt, okay, das und das und das Thema, lass uns das jetzt abhandeln und für immer in die große schwarze Kiste stecken. Aber wir wollen mal schauen, hat denn diese Beziehung überhaupt noch eine Chance? Geht da jetzt nochmal was oder geht da gar nichts mehr oder geht vielleicht jetzt im Moment nichts? Na, das wollen wir uns mal anschauen. Ja, dafür gehe ich natürlich jetzt wieder ins stille Eck. So, da ist er im Eckchen drin. Wir brauchen jetzt ein Bild. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer filme dabei. Ich habe eigentlich so den Eindruck, es ist ganz gut, wenn, also ich gehe mal von mir aus, wenn ich ein Kartenreading sehe, dann möchte ich vielleicht auch sehen, wer da so sitzt. Na, also von daher könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr meine Visage sehen überhaupt im Video oder nicht? Na, könnt ihr einfach mal eine Eins reinschreiben für Ja, ich will dich sehen und eine Zwei in die Kommentare für Um Gottes Willen, ich kann dich nicht mehr sehen. So, also wir schauen mal. Ich habe natürlich jetzt für dieses liebes Tarot mal euch beide rausgelegt hier. Und wir wollen mal die Energien anschauen, die so da sind. Ich würde sagen, wir schauen hier oben mal allgemein rein, was kann man für euch beide so ein bisschen sehen, was ist da gerade Phase, was ist da gerade Thema. Dann schauen wir natürlich mal bei ihm, was ist los beim Senior, beim Senior, was ist bei der Seniora los? Und dann schauen wir natürlich hier unten auch mal die Tendenzen, Botschaft aus der geistigen Welt an und gucken mal, was wir da so in diesem Orakel sehen. Also, wir wollen mal schauen, was ist denn in der allgemeinen Energie so ein bisschen los? Es ist spannend, okay, da ist so, das schaut immer aus wie so ein Rieseneis, Eis am Stiel, aber es ist ein Turm. Beim Turm, ja, doch, da ist ja natürlich das Thema Rückzug, Trennung, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Darum geht es ja auch, na, der Turm, Isolation, Alleinsein, Rückzug, Trennung, na, der Turm, aber auch für mich in diesem Kartendeck, ja, so auch so eine Karte, wo man sagen kann, ich kann auch mal in mich gehen. Ich bin ja ein Mann, na, und Männer ziehen sich auch gerne mal zurück, wenn es ihnen zu viel wird. Das muss jetzt nicht an dir liegen, das muss jetzt keinen Stress, keinen Trouble gegeben haben. Wenn Männern auch allgemein irgendwie die Dinge über den Kopf wachsen, zieht er sich zurück. Na, weil ein Mann ist nicht multitaskingfähig, das wissen wir alle, und ein Mann arbeitet immer ein Ding nach dem anderen ab. Und wenn ganz viele Dinge, Dinger im Kopf sind, dann weiß der Mann, oder wissen wir Männer, irgendwann mal nicht mehr so, ach, was mache ich jetzt als erstes, ich bin vollkommen überfordert, ich ziehe mich jetzt zurück. Und im Rückzug wird dann alles schön der Reihe nach abgearbeitet. Na, also Rückzug muss jetzt nicht immer die Trennung sein, aber man sieht schon, Thema allgemein für euch beide ist jetzt da der Rückzug. Trennung, Isolation, Alleinsein. Und wir wollen mal gucken, was kriegen wir denn jetzt da noch für eine Karte zu der allgemeinen Energie? Vielleicht ein Hinweis, was gerade im Rückzug zur Phase ist. Ein Brief. Er schreibt dir einen Brief in seinem Turm, wie romantisch. Nein, ich sehe an diesen beiden Karten, ich kriege gerade was von oben rein. Das hier so ein bisschen Stillstand ist, auch in Bezug auf die Kommunikation mit euch beiden. Es kann vielleicht sein, dass ihr auch gerade gar keinen Kontakt habt. Es kann aber vielleicht auch gerade sein, dass da jemand den anderen blockiert. Na, also wenn sich der Mann zurückzieht und dich blockiert, ist er natürlich A, überhaupt nicht cool. Also das ist alles andere als cool, jemanden zu blockieren, ist respektlos. Aber vielleicht ist es ihm ja viel zu viel geworden, dass er sich denkt, oh Gott, um Gottes Willen, ich will jetzt überhaupt bloß keinen Kontakt, ich will auch nicht angeschrieben werden, bis ich hier alles abgearbeitet habe, sehe ich also schon hier an der Stelle, dass da irgendwie in Bezug auf eure Kommunikation, euer Reden, Schreiben, Telefonieren, Treffen, dass da gerade vielleicht ein bisschen der Stillstand drin ist, vielleicht sogar auch eine Blockierung herrscht. Also da gibt es nicht so viel im Rückzug mit Kommunikation. Also da kann ich schon sehen an den ersten beiden Karten, okay, es sind vielleicht auch die Fronten etwas verhärtet. Na, was heißt das, die Fronten verhärtet? Da geht gerade gar nichts. Na, was haben wir noch? Der Mond, gut, auch so eine Karte für das Innere. Gedanken, Ängste, Wünsche, Sehnsüchte, Emotionen, Intuitionen, na, also denk, denk, denk. Ich sehe schon hier, sowohl bei dir als auch bei ihm, das ist die Energie für euch beide, im Rückzug ist da ganz, ganz viel Denken zu sehen. Ja, es geht auch ein Stück weit um die Kommunikation, klar, bei euch beiden. Vielleicht macht er sich auch Gedanken, genau wie du, du machst dir bestimmt auch Gedanken. Wie komme ich an ihn ran? Oder komme ich an ihn ran, kann ich ihm schreiben? Wenn ja, um Gottes Willen, was schreibe ich ihm denn überhaupt, damit er nicht durchdreht oder damit ich ihn nicht gar verscheuche? Also auch da gebe ich gerne mal Tipps in meinen persönlichen Readings, wie man dann durch die Blume auch mal wieder an ihn rankommen kann, dass er sich dann auch irgendwie nicht überfahren vorkommt und gerade dabei ist, etwas abzuarbeiten. Und dann haben wir schon einen Kolbenfresser, weil eine Nachricht von dir kommt, wo er denkt, oh Gott, ich muss jetzt etwas tun, die will ja was von mir, ich weiß ja gar nicht, was ich will. Und dann ist auf einmal der Kopf schon wieder voll. Also da muss man auch taktvoll sein. So primitiv der Mann ist, umso taktvoll muss man auch mit ihm umgehen. Das ist alles nicht so einfach. Der Mann ist auch ein kompliziertes Wesen. Ein primitiv wirkendes, kompliziertes Wesen. Okay, also bei eurer Energie, bei euch beiden, ich sehe es schon. Rückzug, nicht wirklich Kommunikation, aber die Gedanken daran sind da. Und da das euch euer beider Energie ist, gilt das auch für ihn, dass er sich schon auch überlegt, ja, so allein ist es jetzt auch nicht schön. Ich habe so viele Gedanken, bin vielleicht auch einsam und alleine, obwohl ich jetzt hier vielleicht auch Party mache. Ich fühle mich nicht geborgen, ich fühle mich nicht aufgehoben. Irgendwie bin ich verloren. Ja, aber es gibt halt mit dir gerade keine Kommunikation. Aber die Gedanken daran, die sieht man schon. Na, ich würde sagen, wir schauen jetzt auch mal bei ihm rein, was wir da für Energien haben. Danach schauen wir dann auf jeden Fall mal bei dir. So, was umgibt es ihm denn hier für eine Energie? Wir wollen gucken. So, oh, ja, ist er gut zu vögeln oder nicht? Ich kann es dir ja jetzt nicht sagen, das kannst du besser. Aber die Vögel stehen natürlich auch für Kopfkino. Na, die stehen für Kopfkino, die stehen für ein Gedankenkarussell, die stehen für Stress, die stehen für Unruhe, die stehen für Aufregung. Die stehen einfach dafür, dass ich dir jetzt an der Karte vielleicht auch schon sagen kann, der ist durch, ja, der ist gerade durch mit seiner Welt. Wir hatten ja hier oben schon den Mond. Jetzt haben wir hierzu noch die Vögel. Die machen das Ganze ja nur noch schlimmer, na, dass das Karussell da oben mal so richtig Fahrt aufnimmt. Und zu der Frage, hat die Beziehung noch eine Chance? Ist es Stand jetzt in diesem Liebestarot? Nicht so, dass er von dir gar nichts mehr wissen will. Es ist hier eher so, dass ich sehr, sehr viele Gedanken wahrnehme. Vielleicht auch, ja, bis in die ziellosen Gedanken, na, also sprich grübeln. Na, wenn er vielleicht sich über Dinge Gedanken macht, die er jetzt nicht lösen kann, weil du da ja auch dazu gehörst. Dazu wäre ja ein Gespräch mal ganz toll, na, wenn man sich mal unterhalten könnte. Vielleicht spielt auch mal wieder der gute alte Stolz eine Rolle. Na, der stolze Mann. Ja, was soll er sich denn entschuldigen? Möge doch Sie kommen und um Verzeihung bitten. Na, also sowas gibt es natürlich auch. Aber Gedankenkarussell ist vielleicht auch schon mal ganz gut, weil ich an dieser Karte sehe, er macht sich schon Gedanken. Na, also da ist schon irgendwas im Gange bei ihm in seinem Oberstübchen, was mit dir zu tun hat. So, dann schauen wir mal, was wir noch kriegen. Oh, das ist ein Knoten. Ja, und der Knoten ist so eine Karte. Da geht es darum, es muss etwas gelöst werden. Also er sucht hier in seinem Gedankenkarussell eine Lösung. Na, die Suche nach einer Lösung hat ganz oft auch zur Folge, dass man in einem Gedankenkarussell landet, weil, ja, in Bezug auf dich gehören da ja auch zwei dazu. Also er macht sich hier sehr, sehr viele Gedanken um eine Lösung in Bezug auf euch beide, ohne dass du damit involviert bist, dass du mitdenken kannst, weil dann würde sich dieses Gedankenkarussell nämlich auch ganz schnell mal auflösen und der Knoten auch. Na, also, ich sehe schon, hat die Beziehung noch eine Chance. Sieht mir sehr so aus, als wäre da irgendwie mal, ja, eine Art von Gespräch nötig, weil ich bei ihm schon sehe, da ist alles ganz schön verkeuchst und vergießt, gnaddelt. Na, also wir wollen aber mal weiterschauen, wie man denn da noch für eine Karte... Ja, ja, das wird spannend. Das ist ja auch immer so, ich sage es ja immer in meinen Readings, der, der verlässt, dem geht es auch nicht immer gut. Der, der Schluss macht, der hat dann jetzt den Schlussstrich gezogen, mit Sicherheit vielleicht im Zuge eines, im Affekt oder im Streit oder in irgendeiner Diskussion. Ja, aber dann, wenn das verflogen ist, ja, dann wird es schon auch so sein, dass ihr denkt, hm, irgendwie fehlt mir jetzt dann schon was. Das ist nicht so, dass der, der Schluss macht, das auch ganz, ganz einfach wegstecken kann. Na, von daher ist das eben auch so, dass die Energien schon oftmals sagen, der hat dich noch im Kopf, der denkt noch an dich, da sind auch noch Gefühle da. Da ist ja immer die wichtigere Frage, ja, hat die Beziehung noch eine Chance? Na, und von daher haben wir jetzt hier noch eine wunderschöne Karte, das ist der Stern. Das ist die Klarheit, die Fülle und die Wunscherfüllung. Also, er ist schon dabei, sich einen Riesenkopf zu machen, wie er das lösen kann in Bezug auf seine Wunscherfüllung. Ja, und welche könnte das denn wohl sein? Ja, da können wir mal hier oben nochmal reinschauen. Viele, viele Gedanken um die Kommunikation in seinem Rückzug. Also, kann ich mir gut vorstellen, dass es zumindest mal bald ein Gespräch geben wird, dass zumindest mal dabei wieder eine Art von Kontakt entsteht, weil ich sehe, also zumindest was ihn angeht, ich weiß jetzt noch nicht, was bei dir kommt, ist da schon die Energie so, dass da ein Gespräch fällig ist. Ja, also, und das ist natürlich etwas ganz Tolles, was man zum Anlass nehmen kann, mal auch einen Schritt wieder aufeinander zuzugehen, wenn das Gespräch gut ist. Auch da möchte der Mann auf jeden Fall mit Sandhandschuhen angefasst werden. Nicht, wir reden nochmal, wir gehen essen und knieren, sondern piano, piano, dass er sich aufgehoben fühlt, dass er merkt, das war jetzt das Richtige, mit dir nochmal zu reden. Nicht überfallen, sondern vorsichtig sein, dass er merkt, okay, ja, ich fühle mich gut, ich fühle mich wohl, mein Gefühl hat mich nicht enttäuscht, es war richtig, sich nochmal mit dir zu treffen, weil dann hast du ja eigentlich schon einen Fuß in der Tür, wenn man das so mal so sagen möchte. Ja, bei dir ist jetzt hier der Baum gefallen, so der Baum, der Baum, das ist die Karte des Lebens, der Lebensplan, die Karte des Wachstums, der Bindung, des stabilen Wachstums vor allem, ja. Dass ich bei dir mit dieser Karte der Baum sehe, die Energie, die dich jetzt hier erstmal umgibt, ist schon so, dass man sagt, das liegt dir schon was dran, mit diesem Menschen nochmal zusammenzukommen, weil der Baum ist auch die Karte der Bindung. Eure Bindung, die hast du im Kopf, also ich nehme dich hier wartend wahr, ich nehme ihn hier mit Kopfkino wahr, ich nehme hier eure Energie, war das beide im Rückzug irgendwie an Kommunikation denken, ja. Also er möchte auf dich zukommen, aber es gibt hier noch ein Hindernis, vielleicht weißt du davon nichts, ja, dass er sich so viele Gedanken macht, wie auch, na, er wird es dir jetzt nicht auf die Nase binden, der wird jetzt endlich anrufen und sagen, hallo, lieber Ex-Schatz, ich habe volles Kopfkino, von daher kann ich dir sagen, tief in ihm drin schaut es da gar nicht so gesund aus, na, also viel, 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 viel Kopfkino. Schauen wir mal, was wir bei dir noch sehen. So, was ist das? Das ist der Park. Okay, der Park, das draußen, Freunde, Bekannte, Verwandte, soziales Umfeld, alles mögliche, Kollegen, aber in der Liebe ist das auch die Karte für eine offizielle Partnerschaft. Das heißt, dass du hier auf jeden Fall jemand bist, der hier stocksteif wartet, der sagt, nein, ich spüre, ich fühle, dass da noch was ist, ja, ich nehme das wahr, ich werde jetzt mal warten und schauen, was passiert. Ich sage ja immer, warte nicht so lange auf einen Menschen, ne, unsere aller Lebenszeit ist ja begrenzt, aber wenn ich mir das hier so anschaue, denke ich schon, du bist hier voller Hoffnung und dass du vielleicht auch ein Stück weit wahrnimmst und spürst, dass hier Dinge vorangehen. Der Baum, die Bindung, das Wachstum, der Park, das ist die offizielle Partnerschaft, wenn es um die Liebe geht. Also, ja, da bist du also eine Bank, du bist stabil, ja, und sagst, okay, ich werde warten und dann schauen wir mal, was passiert. Aber ich kann dir in diesem Liebesorakel sagen, ja, da passiert aber auch gerade was in der Energie. Hier, schau mal. Vielleicht kriegen wir heute auch noch eine Karte. Okay, dann nehmen wir die. Ein Kreuz. Gut, Kreuz, vielleicht denkst du, ah, das ist eine schicksalshafte Begegnung mit ihm. Ja, das Schicksal hat uns zusammengeführt, weil das Kreuz gerne auch mal, glaube ich, schicksalgöttliche Führung ist. Im Lehrbüchlein ist das Kreuz, leider, ich verstehe es auch nicht, eine negative Karte, Lastbelastung, Schwerteaufgabe. Also, ich kann auch hier wahrnehmen, dass du schon belastet bist. Also, diese ganze Situation belastet dich. Du kannst nicht loslassen, du willst nicht loslassen, du möchtest da dranbleiben, du gibst der Sache eine Chance und je länger es eben halt dauert oder je länger du ohne ihn bist, umso belastender wird die ganze Situation natürlich. Das kann ich natürlich auch total verstehen, weil, da bin ich wieder in der Psychologie, beim Sank-Kost-Effekt. Was ist der Sank-Kost-Effekt? Das ist in der Psychologie eine Begrifflichkeit, die da zu bedeuten hat, wenn du in eine Sache, in ein Thema schon ganz viel Energie rein investiert hast, ja, und umso schwerer fällt es dir, dann das loszulassen. Das kann man zum Beispiel auch mit Geld und einem Spielautomaten vergleichen. Du hast jetzt in einen Spielautomaten schon 150 Euro reingeworfen und hast noch nichts gewonnen. Und mit jedem Euro, den du da mehr reinschmeißt, umso schwerer fällt es dir, von diesem Stuhl aufzustehen und diesen Automaten stehen zu lassen, weil du sagst, es muss doch jetzt, ich habe schon so viel da reingegeben, so viel rein investiert. Genauso ist es in der Liebe. Wenn du in eine Partnerschaft, in eine Beziehung schon so viel investiert hast, Schweiß und Blut und Energie und Gefühle und Tränen und Wut und alles Mögliche da rein investiert hast, dass das funktioniert, je länger du das tust, umso schwerer fällt es dir, das loszulassen. Das ist erwiesen, dass das so ist. Deswegen, ja, je länger das hier so dauert, umso schwerer wird es natürlich auch für dich. Das lasst dir nur gesagt sein. Aber wir sehen ja, hier ist Kopfkino. Kopfkino ist immer gut, wenn es beim anderen ist, weil da tut sich dann was. Wir wollen jetzt hier mal reinschauen, was sehen wir denn da noch in den Tendenzen? Tendenzen sind immer gut, weil wir wollen ja jetzt auch mal wissen, ist denn das Kopfkino bald vorbei oder nicht? Ja, so, da haben wir schon mal einen Weg. Ja, gut. Oh, ja, gut. Das ist schon mal so eine eigene gute Karte. Hier geht es nämlich um Entscheidungen. Denn es fällt eine Entscheidung, es wird eine Entscheidung geben. Also entweder Hu oder Hot oder Hui oder Pfui oder Ying oder Yang. Eins von beiden wird passieren. Also es wird hier bald eine Entscheidung geben in Bezug auf die zweite Chance in der Beziehung. Sehr, sehr gute Karte. Wo wir mal schauen wollen jetzt, in welche Richtung geht es denn da so. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. So. Okay. So, der Schmetterling. Ja, das ist eine schöne Karte. Da geht es natürlich um Empfangen oder Loslassen. Das bringt uns jetzt eigentlich auch nicht wirklich weiter. Die Wege. Es wird eine Entscheidung geben. Der Schmetterling Loslassen oder Empfangen. Ich bin genauso schlau wie vorher, was jetzt die Tendenzen angeht. Also interessant. Wir wollen noch eine Karte haben. Also wir schauen mal. Irgendwas wird definitiv passieren. Ich denke, vielleicht lässt er auch von seinem Kopfkino mal los. Ja, um vielleicht bei dir wieder auf Empfang zu gehen. So. Naja. Es ist immerhin, immerhin. Das sind jetzt die Lilien. Oh, und an der Unterseite des Decks bist du gefallen. Das ist gut, weil das macht das schon mehr Sinn alles hier in den Tendenzen. Euer Weg führt übers Empfangen und Loslassen. Loslassen von Sturheit. Loslassen von Kopfkino. Ja, Loslassen vielleicht von Belastungen in die Leichtigkeit reinkommen. Die Lilien. Ja, wissen wir alle. Sexsinnlichkeit, Romantik, Schönheit, Wachstum. Ja. Und da bist jetzt auch noch du gefallen. Also die Tendenzen sehr gut mit dir an der Hauptenergie noch. Da geht was. Das sage ich dir. Da geht einiges. Und somit wünsche ich dir jetzt alles Gute. Schick dir ganz viel Licht und Liebe. Bleib gesund. Seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus.